Hallo, wir sind von Gescheckt. Einmal Elias, Nathanael, Malte und Jerome. Wir spielen das Spiel Rocket League. Das Spiel Rocket League funktioniert wie Autofußball, nur dass es in diesem Spiel verschiedene Power-Ups gibt. Zum Beispiel Spikes sind so eine Art Stacheln, damit kann man den Ball festhalten. Weiter geht's jetzt. Also wir haben im Rahmen des Gecheckt-Projekts jetzt 2 gegen 2, Elias und ich, gegen Jerome und Nathanael, haben wir jeweils das Spiel Rocket League gezockt. Und, ja, jetzt seht ihr, was dabei rumgekommen ist. Top 7. Und dann boom, und dann kommst du, und dann boom. Sollen wir den aufschreiben? Ich nach vorne, hier, Tima, ich bekomme den Speed und dieses Ding und jage der Mutz. Guck mal, da rett ich den Ball easy. Das ist für dich, woher ist der? Ja? Warum dann gut? Hm? Ich war da schießen! Ich war da schießen! Und dann geht's. Wie ist so lächerlich? Wie ist so lächerlich? Was? Ich war da. Ich hab beide gemacht. Ich fand hier einfach aus. Du hast was genommen? Nein, wir haben... Ja, lass das ausschreiben. Lass das ausschreiben. 14, 14. Das war einfach ich. Mann, ich hatte auch Tornado. Na du. Ey, schau dir das an. Jetzt nehm ich... Ich nehm den Bayern. Mann, ich hatte auch nen Tornado. Mein Tornado... Ja, wer an den Outtakes nicht versteht, was witzig ist, und zwar war er der Leiter von unserem Spiel und er hat immer wieder die Runde verlassen, weshalb wir immer wieder rausgeflogen sind und er hat nicht gerafft, dass wir alle demselben Team beitreten müssen. Deswegen mussten wir wieder neu starten. Und ja, das war witzig. Ja, du Wurstchen. Du bist so schäbig dumm. Ja, du Wurstchen. Und trotzdem noch... Kann man ein Spiel verlassen? Ich bin jetzt links. Ich bin verlassen. Ah, fein. Nein, Womble ist geil. Womble ist das mit den Items. Nein! Nein! Diese Katrin... Könnt ihr das mit dem... Items mal lassen? Ich bin... Äh, warte! Ich bin links. Ich bin blau. Ich bin oben. Ich steig aus. Tschüss. Oh Gott. Das war auch mal wieder der größte Film. Ich bin oben. Boah, jetzt bin ich schon wieder da. Lock dich mal ein. Ich weiß nicht, wo du dann landest. Wenn ich mich jetzt einlogge, dann bin ich oben links auf jeden Fall. Ja. So, zuerst mach ich mir jetzt ein und du, ja? Das heißt, ich und er und dann du und du. So, dann sind wir wieder. Wir müssen erst mal gucken, wie es sortiert ist. Wo bin ich? Da. Ich bin links. Ich bin da. Lock dich mal ein. Ja, ich hab mich jetzt ein. Warte, warte. Ja, ich bin... Jetzt musst du dich noch einladen. So, ich bin oben. Wer soll jetzt verlassen? Warte, ich muss kurz rausgehen. Okay. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich da unten. Das passt. Ja, jetzt bin ich hier. So, fertig. Ich bin oben. Hä? Was hab ich denn jetzt für ein Auto? Warte. Was machst du denn? Was machst du? Ja, aber ich muss doch unten sein. Es ist doch egal, es ist ja nur ein Dei. Scheiße. Weil du das erstellst, kannst du nicht rausgehen. Ich bin ein Töten. Ey. Ich bin oben. So, ich mache einen richtigen Tag. Ich bin oben. Und du bist wie du. So, ich bin oben. Ich bin oben. Untertitelung des ZDF, 2020